hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge supermarktsimulator mein laden hat bereits geöffnet wir haben alles oder besser gesagt ich habe alles eingekauft eingeräumt scheint auch alles zu sein wir brauchen immer noch die 52.000 dollar ja ich komme noch ein bisschen was ein halt 52.000 war es quatsch ich brauche doch die lizenz wollte doch haben diese andere habe ich gekauft also brauche 22.000 stürm die ecke habe ich doch schon längst ach du scheiße wie teuer war das ding 64 64.000 ich komme hallo die damen so ich hoffe dass heute mal ohne eingekauft wird 52.66 danke sehr werden sie uns bald wieder brauchen 22.000 dollar ich muss noch mal ganz kurz gucken was war das noch mal gewesen lizenz reinige geschirrspül geschirrspül weichspüle 81 sind wir ja auch fast akut ist kostet 34.000 ok reinige also vier sachen ich wäre ja fast dafür kommen das regal ist ja komplett leer genau haben wir auch genug platz sowie hat ja wenigstens gibt er mir wirklich wollte ich gerade sagen mindestens gibt er mir passen wenn wir nicht überhaupt geld ich bin immer noch bei 11.000 so gibt mir das geld sie bekommen zurück 11 dollar und und hier in 70 cent danke sehr auch mensch verkauft ihr denn alle wird ja mehr wenige mache ich quatsch zwei dollar 39 danke sehr 47 77 danke sehr 96 78 danke sehr da brauchen wir noch ungefähr genau 10.000 naja ein bisschen mehr wir müssen ja noch an einkaufen schauen wir mal wie weit das abgeht 127 76 danke sehr ich hoffe dass wir das diese folge noch zusammen kriegen 53 57 27 aber mit solchen kleinen einkaufen hier mensch junger man kaufte mal ein bisschen mehr ja genau aber hier im sonnet 87 dollar saß sie ich gerne man da können sie öfter kommen was natürlich wieder werden wir ja wieder so viel kohle oder mal 1 2 3 4 1 mal zu viel halt so wollte ich machen so und dann 1 2 3 4 so sind wir über 100 dollar ja 142 96 15.000 haben wir 666 66 66 66 es hat nicht 100 wird ein bisschen eine ziel war wahnsinn oder 60 das und nix 71 dollar auf die schulden wir noch zwei cent kann auch nicht wahr sein so hallo meine kasse ist offen junge frau da hinten kommen sie zu mir sie dürfen auch keine zu mir kommen 86 dollar sie kommen zurück 3 dollar und 42 cent 1 2 3 1 2 danke sehr 60 dollar 9 danke sehr george machst du bitte das licht an ich bedanke mich ich bedanke mich 17.600 habe ich schon mal gesagt dass ich bin zu 100 freder kaufe ich immer sehr und zwar der dollar 1 2 3 4 48 danke sehr beendet wird wir 186 dollar sieben und jungen die mensch andersrum meine finger sind immer schneller so und gibt mir die karte 149 0 22 wir haben fast trotzdem 67 dollar meine fräse meine fräse ist das teuer zum glück träge ich nicht und 10 dollar so 33 dollar und vier zentren danke sehr also sofort wieder laden ist denke ich mal schon dass wir das noch kaufen können also die lizenz und noch ware und hat 26 02 so da muss ich noch mal ganz kurz raus bin ich hoffe dass ich immer meine also ich meine kann bei meinem mikrofon um aussage und es war ihn gerade 123 euro zurückgeben aber das sind ja bloß 26 dollar und so 132 dollar 19 da gesehen 51 dollar 43 und das wird aber eine knappe kiste mit dem einkaufen 56 dollar 06 ich glaube ich werde erst einkaufen die regale die noch leer sind jetzt und erst wenn das reicht werde ich die lizenz kaufen er sind das sogar schon 13 die sie mir klauen alle kann auch nie wahr sein mit dem freche hier 58 dollar 96 ich glaube ich werde mir das noch nicht kaufen können jetzt nee das glöbisch nicht das glöbisch nicht so 50 60 65 50 56 danke sehr so ich mache die kasse mal schon zu ich hole mal die bühne meyer aber das macht er schon okay dann nehme ich diesen zucker dann hole ich schon mal diesen zucker das ist ja vor wie eine meyer ist voll dann hole ich den die pippen die lilan dings hier ich immer sagt die schoko box und ne kommen eine einzige fehlt okay dann hole ich diese unten die crispy dinger bums ja genau 27.000 könnte es doch was werden so ich schließe das mal ab sondern sind welche drinnen nähe abschließend 163 leute und kein rotes und ich habe 4.000 dollar also insgesamt 16.000 dollar eingenommen also nicht schlecht so ich werde erst mal schnell einkaufen das war ja klar das war ja klar da geht schon wieder 1000 dollar drauf warte mal ich gucke mal das brot ok kuchen wird gerade aufgefüllt dann nehme ich trotzdem einmal mit ohne ich nehme ich einmal mit daran nämlich einmal mit und auch einmal er wird gerade aufgefüllt erwarte ich erst mal ab 1 2 3 und kartoffeln kann ich auch weil die werden sowieso leer die dinge sind wir 25.000 na gut hier muss ich nicht unbedingt hier nehme ich nur einmal ich werde muss das nötigste kaufen jetzt habe ich noch genug erstmal vom trinken habe ich auch genug das kann ich später kaufen nächsten tag da habe ich auch noch genügend jetzt habe ich noch genug hier nämlich wenigstens einmal mit das grüne gemüse da kommt das brauche ich nicht unbedingt so wir gucken mal da kommt der schwarze karte wird auch schon wieder alle nee ich glaube ich komme ich mache den tag auf jeden tag ich mache hier auf ich will noch einmal nee das ist mir nix sonst habe ich kein geld mehr hierfür außerdem weiß ich nicht wie teuer die ich mein gut kaufen könnte ich mir das jetzt schon die lizenz wenigstens aber wenn ich jetzt die lizenz kaufen und ich kaufe das ich klick sich im laden rein der mac in serum dass er was nicht finden können deswegen kaufe ich lieber noch nicht aber spätestens zum morgigen tag also morgigen dem tag hier der rote das rote mehl und braune mehl jeweils immer nur ein ding drin das passt ja so schnell das rote mehl das ist hier unten dann kann ich da auch gleich wieder was neu kaufen guti so weit ist erstmal alles aufgeräumt eingeräumt dann kann ich hier noch mal schnell erstmal um sortieren geht nicht einmal hier dreimal hier wählen muss immer da sein ja gut das kann ich ja wieder kaufen weil ne das geld kriege ich ja definitiv rein ne 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 mal die falsche taste 1 2 3 1 hier einmal diese kartoffel peri fast wieder aus dem auge verloren einmal da bitte einmal hier bitte ok passt jetzt gekauft gleich mittel zweimal ist richtig es ist ja dann können wir die getränke jedoch kaufen dann haben wir das wenigstens alles vollständig und sobald der tag rum ist kann ich denn jetzt habe ich einmal zu viel wort kann oder man nämlich gleich mal raussehen so genau genau da haben wir voll da haben wir oha hier und köpchen das ist ja noch drin stehen naja ist egal jetzt zweimal dieses wasser darüber sind jetzt den mod drin dass man hier die nicht mehr vertauschen kann also weil ich den jetzt hier rausnehmen und ich nehme den jetzt kriegten da nicht rein es können die jungs da nicht mehr alles durcheinander bringen sonst hätte ich jemand an dem einander mütz gegeben moment mal was sollte denn schon wieder unten auch mensch jungs hört doch mal auf mit dem quatsch macht ihr denn schon wieder für den mist raus da ach du scheiße war der da unten richtig dort habe ich so wenig reis gehabt ok habe ich gesagt jungs entschuldigt bitte 123 so jetzt genug gekauft ja auch schon meine kasse auf sonst merken die wiederum ok ich kann ja nebenbei rotköpchen sekt schon mal rein holen ja und dort machst du noch nicht wieder an ein zent bekommt ich zurück danke sehr die dame 166 59 danke sehr wenn sie wieder so 16 16 66 das ist auch eine sehr schöne zahl hallo die dame schokolade wollte nicht 1 2 3 7 zurück danke sehr oder kam es auch schon wieder bald alle wenn ich mir überlegen hier vielleicht nehme ich das an den das alkohol den alkohol wieder weg mach ich mir mit dem den vier artikel theoretisch können jetzt alle vier artikel ein komplettes regal voll ballern 150 11 danke sehr bei hensi und wird wieder junger mann hallo die dame werden gucken sie mal nicht so ernst 63 68 danke sehr so 18 48 danke sehr 30.000 habe ich das geld immer sehen dann könnte ich immer am liebsten lieber die erweiterung würde ich lieber kaufen aber nee wir brauchen die lizenzen eine lizenz können wir uns nur noch leisten sage ich mal jetzt bei den regalen und dann würde ich sagen müssen wir wahrscheinlich erst mal diese reihe oder diese reihe hätten kommen wäre es ja lieber wenn das wenn das die reihe hätten wäre aber 123 50 70 76 einmal die karte und das kostet 164 dollar 57 so einmal 64 dollar 13 danke sehr die dame 140 82 danke sehr 13 47 danke sehr opsa hier drüben 16 dollar und den cent danke sehr 99 dollar 04 sind bei 34.000 dollar angekommen das finde ich sehr schön so 25 zurück achtet ja auch den viertel dollar nehmen können ach man wieder vergessen so 192 dollar 43 danke sehr so 191 24 3 erlaubt es bin ich wieder ein wirrwärm 98 zurück 398 so 164 dollar 28 danke sehr beendet bald wieder so wird das war ja mal ein schöner tag ich kaufe noch nicht drei leute also wenn sie daher wenn du da hingegangen wäre sie entschuldigung wenn sie dann gehen wenn sich längst fertig obwohl dort ziemlich kassiert darum zu stehen hätte ich auch müssen wir tun können so alle raus einmal abschließen 169 einmal so teuer jaja 10.000 dollar 17.000 dollar habe ich aber eingenommen so wirst du was ich jetzt machen werde noch schnell diese folge ich werde jetzt die lizenz kaufen natürlich wie immer erst meine rechnung bezahlen und zwei tage schon wieder eine lizenz und kaufen so wie immer zweimal kaufen 12 12 12 12 mal dass wieder so ein kleines ding müsste ich eigentlich wartet mal wo ist das zeug da ich sollte irgendeins von denen hier raus nehmen und lieber zusammenstellen oder ich nehme mir das raus und packt das team mit rein ich gucke mal ganz schnell und gibt mir her in den kleideradatsch ne ich würde das lieber zusammenstellen und zwar ich glaube ich werde das hier in stellen ich werde 12 dann mache ich lieber auseinander ich habe mir nebeneiniges gemacht ne ich würde sagen ich mache das hier so mach das lieber hier rein guck mal ich glaube das ist besser so erst mal so dann hole ich mal den anderen noch von draußen ne quatsch das können das mache ich fix alleine kommen und dann bestelle ich noch wenn man das sind kleine dinge dann kann ich ein zwei drei vier fünf da kann ich von den dinger noch mal fünf nachbestellen somit oh gott 9 dollar 20 kostet so habe ich sagen 12 hier und nur das sind ja die kleiner kann ich ruhig fünf nehmen so was haben wir denn hier noch schönes was sind diese sprühflaschen ich glaube die werde ich auch zusammenstellen die drei weg zusammenstellen ich hole das erstmal her hier alles damit ich sehe das war jetzt die das jetzt so eine box und das ist so ein ding ich würde sagen die stelle ich hier rein ja ich wollte eigentlich nach oben machen was ist das denn das sieht scheiße aus siehst du deswegen meine ich eine fünfe box ist manchmal blöd passt mir jetzt gar nicht so wartet man ich nehme mal die seife hier raus ich mache die seife mal hier rein ich habe doch nach oben geguckt jung so genau guck mal dann würde ich sagen ich nehme ein moment damit das zeug hier raus stelle das hier rein so nein so dann kann das wieder auf dann kann das nämlich da rein denn stelle ich die nehme ich hier noch mit rein und da würde ich nämlich sagen ich nehme das shampoo hier auch raus ich muss das mal gucken bin dem anderen das war ja noch was groß ist das plötzlich das würde ich am liebsten da jetzt auch noch mit rein kloppen irgendwie aber hier ist es auseinander so das kostet 9 dollar 32 wenn ich wohnpreis vergessen aber noch mal 123 und dann draußen die vier das ist der weichspüler den würde ich ja ganz gerne mit dem zusammenstellen wir haben ja hier obwohl ich habe zuerst da oben jetzt er weggenommen ich würde mal wieder auswicht das hier einstellen auch immer wie scheiße das aussieht also ganz ehrlich die firma dinge sind ja manchmal kacke wurst ich würde sagen ich werde dieses regal wieder wegnehmen hier und mache warte mal das ist ja spüli spüli ich werde ich werde hör mal auf hör mal auf mit dem quatsch du gehst hier raus du gehst hier rein und geht das regal nämlich weg so geht er jetzt nicht sondern machen wir hier nämlich bloß die regale aber ich glaube eine der eine wer zu viel gewesen immer so so supi dann würde ich sagen das ding baue ich jetzt zusammen weiß ich nicht vielleicht hätte ich die firma doch nicht nehmen sondern irgendwie irgendwie passen die nicht zu allem auch immer noch 14.000 dollar halte doch mal auf so schnell noch das regal mal kaufen wenn man aufgeregt nein quatsch hier rein möbel und dann hier ist das vier ich hoffe nicht das so stimmig alle hier um die jungs so guckt man da würde ich sagen ich werde die die zwei dinge werde ich jetzt hier zusammenstellen hier oben mache ich den rein dann nehme ich den hier raus ich stelle den hier rein das sollte schon alles ein bisschen weil wieder fast vergessen so war haben wir denn hier 9 dollar 62 meine güte so und haben wie acht die dinge habe ich ja auch noch aber die club oder mal das ist ja was zum sauber machen eigentlich nein hör doch mal auf weil dann gucken die auch wieder oben raus nach das sieht so scheiße aus wenn ich das bloß nicht gemacht okay dann müssen die leider hier oben rein geht nicht anders aber warum stehen jetzt meine leute das still kann auch nicht wahr sein aber wisst ihr was wir sind bei 32 minuten ich mache den rest hier noch hier rein schnell dann bestelle ich fix und dann sehen wir uns auch das sieht geil aus ne beide zusammen cool es war beides nicht glaube ich das gleiche ne das ist doch glaube ich green power keine ahnung ist ja auch egal aber wir sehen uns morgen wieder danke bis zu schauen bye 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 bye